Papst Franziskus und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trafen sich im Vatikan zum Gespräch. Was da an die Öffentlichkeit kam, will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der kürzliche Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bei Papst Franziskus im Vatikan wirft nicht nur diplomatische Fragen auf, sondern zeigt auch die Spannungen, die zwischen beiden Staatsoberhäuptern in der Vergangenheit bestanden haben. Ralf Rotte, Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen an der RWTH Aachen, hat dazu seine Einschätzung gegeben. Während Papst Franziskus sich als moralischer Führer und humanitärer Vermittler in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit stellt, steht Zelensky als entschlossener Verteidiger der ukrainischen Unabhängigkeit vor der schwierigen Aufgabe, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Diesem Spannungsfeld zwischen moralischen, imperativen und geopolitischen Realitäten widmet sich die Analyse von Rotte besonders intensiv. Der Vatikan verfolgt seit Beginn des russisch-ukrainischen Kriegs eine vorsichtige diplomatische Linie. Dabei legt er großen Wert auf seine traditionelle Neutralität in internationalen Konflikten. Rotte erklärt, dass es für den Heiligenstuhl weniger um territoriale Fragen geht, sondern darum, das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern und den Krieg zu beenden. Diese humanitäre Perspektive ist der zentrale Antrieb der vatikanischen Politik. Innerhalb des Vatikans gibt es allerdings unterschiedliche Auffassungen, was die richtige Herangehensweise an diesen Konflikt betrifft. Während Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin wiederholt betont hat, dass die Ukraine das Recht auf Verteidigung hat und unterstützt werden sollte, zeigt sich Papst Franziskus in seiner Haltung gegenüber dem Krieg weniger klar positioniert. Ein zentraler Punkt der Kritik, so Rotte, ist die Wahrnehmung des Papstes als zu verständnisvoll gegenüber Russland. Franziskus hat in der Vergangenheit wiederholt angedeutet, dass Russland sich durch die NATO-Osterweiterung bedroht fühlt, was seiner Sicht nach den Konflikt mit verursacht hat. Dieser Standpunkt könnte auch mit seiner Herkunft und Prägung aus Lateinamerika zusammenhängen, einem Kontinent, der häufig kritisch gegenüber den Vereinigten Staaten eingestellt ist. Rottes Einschätzung nach ist die politische Philosophie des Papstes stark von einem antikapitalistischen Weltbild geprägt. Was seine Skepsis gegenüber westlichen Mächten, insbesondere den USA, verstärken könnte. Dies führt zu einer komplizierten Gemengelage. Während die westliche Welt die Ukraine mit militärischer und wirtschaftlicher Unterstützung stärkt, plädiert der Papst für Verhandlungen und zeigt sich kritisch gegenüber der westlichen Kriegsführung. Diese Haltung des Papstes sorgt in Kiew und auch bei Zelensky selbst für Zurückhaltung. Der ukrainische Präsident ist entschlossen, die vollständige Rückeroberung des ukrainischen Territoriums von den russischen Besatzern zu erreichen. Für ihn kommt ein Nachgeben nicht in Frage. Der Vatikan hingegen sieht den Krieg primär aus humanitärer Perspektive und drängt auf Verhandlungen. In dieser Sichtweise mag die Frage territorialer Integrität in den Hintergrund rücken, während das Ziel der Verhandlungen, das Ende des Leids, im Vordergrund steht. Rotte erläutert, dass Zelenskys Erwartungen an den Vatikan entsprechend gering gewesen sein dürften. Der Besuch des Präsidenten wurde von den meisten Beobachtern als wenig ergiebig angesehen. Dass der Vatikan eine entscheidende Rolle in der Lösung des Konflikts spielen könnte, ist unwahrscheinlich, zumindest solange beide Seiten so gegensätzliche Positionen vertreten. Doch wie Rotte betont, könnte Zelensky auf lange Sicht einen Vermittler wie den Heiligen Stuhl brauchen. Wenn sich die internationale Unterstützung insbesondere aus dem Westen verringern sollte, etwa durch einen politischen Kurswechsel in den USA, könnte die Ukraine gezwungen sein, auf Friedensverhandlungen einzugehen. Hierbei könnte der Vatikan als neutraler Vermittler eine Rolle spielen, die Russland möglicherweise akzeptieren würde. Schon jetzt trägt der Heilige Stuhl durch Initiativen wie Gefangenenaustausche oder humanitäre Hilfe zur Linderung des Konflikts bei. Ein weiterer Aspekt, den Rotte anspricht, ist die Rolle des Vatikans in sicherheitspolitischen Fragen. Der Vatikan hat keine militärischen Mittel, um Einfluss auf den Krieg zu nehmen, doch seine diplomatische Neutralität und seine Fähigkeit, mit beiden Konfliktparteien zu sprechen, machen ihn zu einem wichtigen Akteur. Diese Neutralität ist allerdings, so Rotte, auch problematisch, da sie in einem Krieg, in dem die Aggression eindeutig von einer Seite ausgeht, schnell als Heuchelei wahrgenommen werden kann. Der Heilige Stuhl vermeidet es, Russland als Aggressor klar zu benennen, um seine humanitäre Rolle nicht zu gefährden. Das führt zu einer schwierigen Gratwanderung. Einerseits ist es moralisch geboten, das Unrecht zu benennen, andererseits könnte eine solche Positionierung die diplomatischen und humanitären Bemühungen des Vatikans zunichte machen. Diese Widersprüchlichkeit zeigt sich auch in der aktuellen Mission des Vatikans, die von Kardinal Matteo Zuppi geleitet wird. Zuppi verhandelt in Moskau über die Rückführung von ukrainischen Kindern, die von Russland verschleppt wurden. Ein besonders sensibles Thema, da Kiew von rund 20.000 betroffenen Kindern spricht. Rotte schätzt es als realistisch ein, dass einige Kinder zurückkehren könnten. Doch erwartet er keine Massenrückführung. Für die russische Propaganda sind diese Kinder nun russische Kinder. Die man nicht einfach wieder in die Ukraine zurückschicken wird, da dies die eigene Narrative beschädigen würde. Trotz der Zurückhaltung des Vatikans wünscht sich Rotte, dass der Heilige Stuhl in manchen Punkten klarer Position bezieht. Zwar sei es verständlich, dass der Vatikan seine Neutralität bewahren müsse, um als Vermittler akzeptiert zu bleiben, doch könne Schweigen auch den Aggressor stärken. Diese Überlegung stellt den Vatikan vor ein moralisches Dilemma. Soll er deutlicher gegen die russische Aggression sprechen, selbst wenn dies seine diplomatischen Bemühungen gefährden könnte? Oder soll er weiterhin auf humanitäre Vermittlung setzen, auch wenn dies als moralische Schwäche ausgelegt werden könnte? Auch innerhalb der ukrainischen Kirche gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Haltung des Vatikans. Der Großherzbischof der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, Sviatoslav Ševčuk, hat den Papst in der Vergangenheit wegen dessen russlandfreundlicher Äußerungen kritisiert. Er warf Franziskus vor, die Geschichte und die gegenwärtigen Verbrechen Russlands nicht zu verstehen. Diese Kritik führte zu Spannungen zwischen Kiew und dem Vatikan, die jedoch durch diplomatische Gespräche beigelegt wurden. Die Rolle der Kirchen in der Ukraine ist dabei besonders komplex, da das orthodoxe Christentum in zwei konkurrierende Kirchen gespalten ist. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats und die autokefalle-orthodoxe Kirche der Ukraine. Diese religiösen Konflikte sind eng mit den politischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine verknüpft und tragen zu der Komplexität des Krieges bei. Selenskys Besuch bei Papst Franziskus, so Rotte, mag keine konkreten politischen Ergebnisse gebracht haben. Doch er zeigt, dass der ukrainische Präsident die Bedeutung des Vatikans als potenziellen Vermittler in der Zukunft nicht unterschätzt. In einer Situation, in der die westliche Unterstützung schwindet, könnte der heilige Stuhl eine wichtige Rolle in Friedensverhandlungen spielen. Trotz aller Differenzen bleibt der Vatikan ein moralisches und diplomatisches Schwergewicht in der internationalen Politik, dessen Einfluss nicht unterschätzt werden darf. Ich hoffe, dieses Video war interessant für euch und ich konnte euch damit wieder Neuigkeiten, Gerüchte und Kuriositäten aus dem Vatikan vermitteln. Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch dalassen würdet und auch ein Abo für meinen kleinen Kanal rund um Prophezeiungen und Glauben haben würdet. Aktiviert dann die Glocke und somit verpasst ihr keines meiner folgenden Videos. Ein von Herzen kommendes Vergeltsgott an alle, die mich finanziell unterstützen und auch an meine Kanalmitglieder. Solltest auch du mich unterstützen wollen, findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium. Vielen Dank.